Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Stadion-Vlog auf meinem Zweitkanal Broski-Freunde. Ich bin so nervös, Spieltag 33, Schalke gegen Eintracht Frankfurt. Es ist das Endspiel, nachdem Schalke letzte Woche, ihr habt den Stadion-Vlog gesehen, 6-0 von den Bayern geschrubbt worden ist. Geht's heute um alles, mit einem Punkt, mit einem Sieg können wir so dicke Steps im Abstiegskampf machen, um uns zumindest auf den Relegationsplatz irgendwie zu saven. Ich bin komplett nervös, lasst ein Like da, ich muss jetzt auch schon direkt ins Stadion. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es wird wild. So, ich werde jetzt auf jeden Fall mich auf den Weg machen zu meinem Vater. Heute Outfit, alles in weiß, denn da gibt's eine sehr geile Aktion von der Schalker Fanszene. Ey, das wird heute mega wild. Der komplette Unterrang wird in weiß gekleidet sein und der komplette Oberrang in blau. Das wird, glaube ich, eine richtig wilde Aktion. Also die Fans von Schalke haben sich da echt was Cooles überlegt. Da gab's auch gestern auf der Geschäftsstelle so einen Verkauf, die haben da so T-Shirts verkauft von der Fanszene. Und da waren einfach 10.000 Leute gestern. Richtig, richtig krank. Das ist alles angerichtet für dieses Spiel, Mann. Ich mach mich jetzt auf den Weg. Die Lichter gehen aus hier. Let's go. Ah, ich bin nervös! So, wir sind im Auto. Mein Papa ist natürlich wieder mit dabei. Stammgast aktuell. Wie das so sich aktuell gehört. Wir haben schon wieder 15 Minuten lang gerätselt, wer wie viele Punkte noch holt. Ich bin schwierig heute, ich muss sagen. Wir sind sehr nervös. Natürlich beide in weiß gekleidet. Richtig und richtig. Guck mal, ich sag's immer wieder bei dir. Du bist ja treu. Du hast ja den Manchester City-Schal noch von den guten Zeiten. Ich brauch von dir einen Tipp bitte für heute. Sieh ich. Und da wie. Zwei eins. Zwei eins. Freunde, wir sind jetzt gleich am Stadion. Und es ist so geil. Du siehst direkt hier hinten, wer alles im Unterrang und wer im Oberrang sitzt. Also bis jetzt halten sich echt viele daran. Hier, guck mal, kommen wieder welche in komplett weiß. Da hinten sieht man komplett weiß. Echt gespannt, wie das dann im Stadion aussehen wird. Weil die Frankfurter, die machen sogar auch mit. Die gehen nämlich heute auswärts alle in komplett schwarz. Also das könnte ein heftiges Bild im Stadion geben. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das wird cool aussehen. Ja, ihr kennt es aus den letzten Stadion-Vlogs, ne? Aber Nervositäts-Counter kann wieder rein. So, wir sind jetzt auf dem Weg ins Stadion. Ich wundere, dass ich hier gerade nichts von der Anfahrt gefilmt habe. Aber da ist gerade vorm Parkhaus, wo irgendwie ein Schalke-Fan umgekippt. Also ganz, ganz ekelige Szenen. Ich glaube, die haben da sogar wieder Belebungsversuche gemacht. Mit einer Herzdruckmassage. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also da läuft einem wirklich ein richtiger Schauer den Rücken runter. Alles Gute für den Rücken. Alles Gute wünschen wir. Und passt auf euch auf, wenn ihr ins Stadion geht, ne? Ei, ei, ei. So, wir gehen mal rein, Freunde. Darf man gar nicht drüber nachdenken. Freunde, ihr seht, viel blau, viel weiß. Hoffentlich alle so, wie es der Rang vorgibt. Ich bin gespannt. Es ist schon echt voll. Zwei Stunden bis zum Spiel. Sieht sehr geil aus. So, es wird getrunken. Es wird gegessen. Schaut euch mal das an. Das ist ein Bild aus der Nordkurve. Einfach alle in weiß. Ich glaube, das wird so geil, Leute. So, Sachen, die ich nicht habe kommen sehen. Der Wippelreich zieht mit, Alter. Die sind hier fast alle in weiß. Das ist echt geil. Und raus geht's. Mietermachen. Boah, Alter. Wie krank sieht bitte die Nordkurve aus. Junge. Na ja, aber es halten sich ja wirklich fast alle. Ey, das ist echt cool. Und Frankfurt komplett in schwarz. Alter. Hab so Bock, Junge. Es sieht so krank aus. Die Mannschaften machen sich unten warm. Links die Schalker. Salah war heute wieder in der Startelf. Die Frankfurter. Das drittletzte Spiel von Oliver Glasner. Zweimal Bundesliga jetzt noch. Einmal DFB-Pokalfinale. Ich muss es euch nochmal zeigen. Also, das ist ja wirklich einfach wunderschön. Und es halten sich wirklich bis auf so ein paar Ausnahmen. Alle ausnahmslos dran. Selbst hier auf der Haupttribüne. Richtig geil. Wenn sich dann einmal oben der Oberrang in blau füllt. Also, das wird ein absurdes Brett heute. Alter, ich bin lange nicht mehr so heiß auf dem Spiel gewesen. Der Steiger kommt. Und er hat seine Löslicht bei der Nacht. Und er hat seine Löslicht bei der Nacht. Schon angezogen. Schon angezogen. Schon angezogen. Boah, Junge, 18 Minuten vor Anfängen, die Hütte fehlt, Junge, Geisteskrank. Schalke! Die Frankfurter da hinten sind aber auch da, ne? Alle gerade mit dem Rücken zum Team, alle im Komplett schwarz. Die sind ja auch wirklich mit ein paar Tausend dabei. Da ist ein Brett. Kack! Boah, die werden so heiß gemacht. Auf geht's! Die Frankfurtsspieler kriegen auch noch mal Support dahinten. Und da gehen meine Mannschaften rein. Und die neue Kurve ist komplett da. Na, Ende, du, Ende, du! Oh, warum weißt es? Unsere Luft soll gar nicht vorgehen. Tausend Freunde, die zusammenstehen, zusammenstehen. Dann wird der FC Schalke! 0-4! Im Tor mit der Nummer 13, Alexander! Schwolo! Mit der Nummer 5, Sech! Vordenberg! Mit der Nummer 9, Simon! WDR 2, 0-4! WDR 3, 2-1! 0-4! טl4! 0-4! 0-4! 0-4! 0-4! Ole, Ole! Ole, Ole! khämslich Schalke 0-4! FC Schalke 0-4 FC Schalke 0-4 Blau und Weiß Wer hätte ich schon immer tragen Auf die Eintracht mit einer weiten kleinen Choreo Wir gehen rein Es ist das wichtigste Spiel der Saison Du oder Deich Spiel Unfassbar Die Mannschaft macht nochmal einen Kreis Und dann geht's los Komm an Auf geht's FC Schalke 0-4 FC Schalke 0-4 FC Schalke 0-4 Ole 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 FC Schalke 0-4 FC Schalke 0-4 FC Schalke 0-4 Wir haben direkt einen Freistoß für Schalke Komm an Ja Oh mein Gott Ja 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 Und weil dein Leben lang Leute Und weil dein Leben lang Ja 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 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 7, 8, 8. Yes. 0, 4. Ziel ohne. Ziel ohne. Ja. 1. 0. Null! Bitte! Yes! Kann mir mal einer sagen, was dir passiert. 1-0 nach einer Minute. Ich glaube, ich habe sogar beim Tor irgendwie gefertigt. Und es ist nicht gefüllt, aber es ist ja egal. Freistoß zu Frankfurt. Der hält doch! Hey! Stark, Junge. Stark, stark, stark. Jawoll, Junge. Jawoll. Und geht! Hey! Hey! Sing runter, du Ton! Stellt auf, wenn es Schalker sein! Steht auf! Wenn ihr Schalker seid! Ja! Kein Foul! Nicht! Nicht! Ja! Gar nicht! Kohle Moani wird brutal ausgefiffen. Keine Ahnung, ob es ein Foul war, aber egal. Oh, ne. Da ist irgendwo ein Tor gefallen. Bitte Hertha. Nicht Bochum. Ah, okay. Kein einziges Tor gefallen. Perfekt. Komm, Salasati-Rotte, mach nochmal. Mach nochmal. Mach nochmal. Stimmung ist absolut brutal. Der Kessel brennt, Alter. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Unfassbar, wie das Ding hier brennt. Ey! Corona wurde so umgehauen. Was soll das? Oh nein! Wehe! 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 Da musst du aber Videobeweis machen! Ey! 100% Videobeweis! Doch frech, Alter! Also, es war ein Vorwärtsfehler von Schwolo. Keine Frage, aber da musst du Videobeweis machen. Dankeschön. Der Konter entsteht nur so, das ist eine absolute Frechheit. Absolute Frechheit! Der liegt da immer noch! Also, sorry, aber ist ein Skandal, wenn das zählt, ne? Er geht hin, er guckt es sich an. Er guckt es sich an. Meiner Meinung nach, klar. Sorry, aber der Elfmeter, der Konter. Ich kann schon nicht mehr reden. Der Vergeisterklang entsteht nur so. Na ja, wenn der den nicht pfeift. NRW-Verbot. Was?! Was?! Also, das ist einfach geschoben. Das macht ja nicht mal Sinn. Kein Sinn. Fällst du doch mal direkt wieder nach. Egal, weitermachen. Trotz allem Wiedrigeskeits. Schalke! Er legt sich nur auf den Boden. Die ganze Zeit, der wir... Ey! Ey! Mann! Das ist wieder gelb! Das ist gelb-rot! Also, der Schiedsrichter ist da wirklich geistkranz. Schalke! 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 Ey, was ist das denn?! Schalke! Schalke! Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott! Schalke! Boah, den hätte ich gepfiffen! Ich glaube, das war einer! Ey, Digger! Was will dieser scheiß Koloboani, Alter?! Was willst du denn? Ey! Was ist denn los mit dem? Das ist nicht achtmal fallen, Alter! Ja, das ist absolut lächerlich! Absolut lächerlich! Oh nein! Oh nein! Halbzeit! Halbzeit! Oh Gott! Boah, ich bin fertig mit den Nerven! Die Nautkurve ist komplett da! Gibt kompletten Support! 1-1 zur Halbzeit! Das ist vollkommen in Ordnung! Vollkommen in Ordnung! Aber wir brauchen den Sieg! Also, es ist Halbzeit! Ich kann hier kein gutes Fazit abgeben! Ich bin wirklich auf 180! Ich bin so nervös! Schiedsrichter, muss ich sagen! Finde ich sehr schwer! Aber kann auch Fanbrille sein! Ich würde sagen, wir sind leicht besser! Ich glaube, Tirodo und Jens fehlen in Leipzig jetzt! Das ist auch nicht gut! Naja, das war mein Halbzeit-Fazit! Es ist schwer! So, Halbzeit! Ich versuche meinen Ruhepuls wieder so ein bisschen zu finden! Naja, bitte irgendwie noch einer reinfallen da hinten! Halbzeit 2 geht los! Bei Frankfurt wird gezündet! Und wir spielen jetzt auf die Nordkurve! Und ist meiner Meinung nach direkt wieder ein Foul! Komm, komm, komm! Ey! 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 ey Ey! Ey!" Ey! Ey! Das ist wirklich geistig krank. 2-1 Frankfurt. 2-1. Nicht aufgepasst. Unfassbar. Unfassbar. Das ist ein Genick hoch. Come on, nichts verloren. Jetzt hat sich gerade auch noch Tom Kraus verletzt, der muss auch raus. Es wird alles nicht besser hier. Kraus verletzt raus. Ey Salazar, ich bitte dich Bruder. Wenn du den machst, TNO, Lifetime auf den Nacken. Für alle Zeiten und für ewig. TNO, for free. Für die ganze Familie. Hertha viert gegen Bochum. Es ist sehr sehr gut für uns. Sehr sehr gut für uns. Hertha viert gegen Bochum. Super für uns. Hey meine Güte, Alter. Junge. Junge. Das Hertha gegen Bochum führen ist super für uns. Wenn wir hier einen Punkt holen, sind wir vor Bochum wieder. Und die spielen am letzten gegen Leverkusen. Wir brauchen diesen Punkt. Hey! Alter, es ist geisteskrank, dass er nichts weiß. Jawoll, Henning, jawoll! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh Mann! Wie soll die? Jaa! 1! Aaaaaah! Von der Elbe, bis zur Isau. Und immer wieder ist 0,4! Boah, Jesus Digger, ich dachte gerade, es gibt einen Elfmeter. Heilige Scheiße. oder. Ah ja, da geht es schon wieder los. Ja, ja, Elfmeter noch. Elfmeter und rot wahrscheinlich. Ah, das ist geisteskrank. Das ist wirklich geisteskrank. Kein Elfmeter, aber kein Elfmeter, geht weg. Schlafen unter Brücken oder in der Bahnhofsmission. Wir sind Schalker, asoziale Schalker. Ecke, 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 Ecke. Oh nein! Weiter! Das gibt es nicht. Der letzte Pass. Ey, nein! 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 Ja! Ja! Nein! Ja! 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 Ich will never die! Ich will never die! Ja! 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 0-3! Tor für den FC Schalte! 0-3! Torstattzer mit der Nummer 14! Sebastian! Polter! Sebastian! Polter! Sebastian! Neuer Spielstein! Schalke! 2! Frankfurt! 0! 0! Ich bin nervlich am Ende! Ich bin am Ende! Ich kann nicht mehr! Schalke! 90. Minute! Hier stehen alle seit 10 Minuten! Alles steht! Es ist ein Dua-Daispiel! Und bitte Polter! Geh! 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 Zweiter! Nein! Aktuelle Konstellation! Hochum liegt hinten! Wir sind auf der 15! Aber Stuttgart spielt noch! Aber es sieht sehr, sehr gut aus! Ich würde gerade das Unentschieden echt nehmen! Aber sie wollen mehr! Bitte, 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 bitte! Nicht unnötig! Alles riskieren! Bitte! Er kann nicht mehr! Mein Vater kann nicht mehr! Es ist vorbei! Bitte, bitte, bitte! Der Punkt! Nimm den Punkt! Nimm doch den Punkt! Ja! Wahnsinn! Dieser Abstiegskampf ist Wahnsinn! Das Spiel ist vorbei! Ich weiß nicht, was ich denken soll! Schalke! Schalke! Und das war eine super Comeback-Leistung heute! Kämpferisch! Unfassbar! Und Leipzig in einer Woche wird eingenommen! Das sage ich dir jetzt schon mal! Da werden so viele mitfahren! Geisteskrank! Ich bin heißer! Die ganze Arena erhebt sich für die Mannschaft! Unfassbare Kulisse heute! Also kämpferisch kannst du dieser Truppe nichts vorwerfen! Unfassbar! Kapo macht noch mal eine Ansage! Macht die Mannschaft heiß! Fürs Auswärtsspiel nächste Woche! Wir müssen auf Stuttgart morgen hoffen! Ganz, ganz krank da! Keiner weiß, was das für eine Aktion hier von Frankfurt ist! Weiß ich auch nicht! So wird die Mannschaft verabschiedet! Letztes Bundesliga-Heimspiel der Saison! Olé olé! Olé olé olé! Hier ist noch komplette Rodebildung! Bei Frankfurt auslaufen! Bei uns vor der Kurve macht's ganz wild, Digga! Verstehe ich gar nicht! Naja! Gab noch mal ein bisschen Eskalation! Unfassbar! Seht ihr diese Strömbewegung? Bei Schalke sind die ganzen Ultras! Rechts die Hugos, links die UGL! Alle hochgerannt! Weil da hinten die Frankfurter ihren Block verlassen haben! Und es da angreiflich gerade gab! Also alles, was da in Schwarz rausgeht! Das seht ihr ja! Unfassbar! Also sorry! So dumm! So überhaupt nichts mit Sport zu tun! Das ist so dämlich, Alter! Kein Verständnis dafür! Unfassbar! Da muss ich aber auch sagen, ohne jetzt zu wissen, wer der Aggressor da in der Situation beim Ausfestblock in Frankfurt war! 100% Schuld von dem Frankfurter Athletiktrainer oder wer das war! Also nach so einem hitzigen Spiel die Mannschaft vor der gegnerischen Kurve auslaufen zu lassen! Kein Verständnis für! Also sorry! Wie doof kann man sein, dass man sowas provoziert? Richtig, richtig, richtig schlecht! Also da bin ich mal gespannt, ob Frankfurt sich dazu äußert! Weil das einfach nach so einem Spiel, wo es die ganze Zeit hitzig ist! Wo sich beide Fanlager die ganze Zeit für mich in einem Rahmen beleidigen! Dann die bis zum 16 Meter Raum davor zu schicken! Selber schuld, Alter! Selber schuld! Kann ich verstehen, dass die ausrasten! Kann ich verstehen, dass die ausrasten! Unfassbar! So, Jungs und Mädels! Ich bin wieder zu Hause! Boah! Ich weiß immer noch nicht, wie ich das Spiel hier einordnen soll! Einerseits ein super wichtiger Punkt, dass man nochmal zurückgekommen ist! Ich habe jetzt auch nochmal geguckt, ne? Also im Spiel selber dann natürlich die Emotionen hochgekocht! Aber es war anscheinend ein sehr glasklarer Elfmeter, den Frankfurt nicht bekommen hat! Ob man das Ding dann da vom 1-1 zurückpfeifen muss, keine Ahnung! Aber ja, war ein krankes Spiel! Die Hertha ist abgestiegen! Leipzig hat einfach gerade gegen München 3-1 gewonnen! Das heißt, die sind schon sicher in der Champions League! Vielleicht chillen! Chillen! Ich kann nicht mehr reden! Vielleicht chillen die dann gegen uns! Ähm, ja! Bitter für uns, dass Bochum so spät noch einen Punkt geholt hat! Wir müssen jetzt morgen Auge legen auf Stuttgart! Ich werde nächste Woche in Laipzig sein, Freunde! Da wird es aber kein Stadion-Vlog geben! Da bin ich im Auswärtsblock! Da gehört natürlich keine Vlog-Kammer rein! Lasst einen Like da, wenn es euch gefallen hat! Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll! Es bleibt spannend, ey! Dieser Abstiegskampf! Es ist... Gucken, was Stuttgart macht! Los geht's!